So, da bin ich wieder. Und es geht weiter. Ach, wir haben ja noch Upgrades, Upgrades. Für Helm, okay. Einen? Ich kann leider gerade nur die Pistole benutzen, weil ich ja halt das Gewehr abgenommen bekommen habe. Los, wen ist, sagt er. Okay. Äh. So. So ist richtig. Medikits kannst du doch aber einnehmen. Ja, Medikit kann er einnehmen. Ich war mir gerade nicht mehr so sicher. Oh Gott. Ha, das war ein bisschen spät. Aber ich habe keinen Schaden bekommen. Oh, 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 oh. Alter. Ha, Lappen. Ich mag das Spiel. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist das Ranzoom. Also, ähm. Ja, das Aimen. Ah, guck mal, was da ist. Oh, ich glaube, wir müssen das Boot haben. Ey, du Arsch. Ah, hat der jetzt nicht wieder 60 Sekunden? Hm. Scheiße. So. Ausschalten, weil das ist nämlich dann, äh, glaube ich so, dass keine Zeit vergeht während dieses Killmoves. Ja, scheiße, es vergeht doch Zeit. Wo ist er denn? Hat er hinten? Da ist Gunnar. Voll behindert. Da ist Gunnar. Da ist Gunnar. Ja, vor. Das ist doch ein Boot. Wie soll der damit fliegen? Naja, gut. Mission abgeschlossen. Geil. Oh mein Gott, hier ist Kriegsgebiet. New Atlanta Küste. Ja. 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 Okay. Okay. Ich glaube, wir hätten das auch so gemacht. Okay. Wer ist da? Der rennt auf mich zu mit seiner Waffe und sagt, wer ist da? Oh, da hinten ist wieder so ein EMP-Fuzzi. Den schalten wir mal schnell aus. Gott, die schlucken manchmal aber auch viel. Das ist doch nicht mal normal. Na, wo ist denn die Made? So. Made. Na, das geht leider nicht. Ja, ist gut. Bin da schon weg, Mensch. Hä, was hat denn jetzt auf mich geschossen? Ach, sieht er so ein Kacker da? Und tschüss. Ey, warum brauche ich denn jetzt zwei? Madik. Mörser raus und hier. Ab dafür. Ab dafür. Bam. Tschüss. Freund der Sonne. B drücken. Feigling nennt der mich? Made. Ich hab grad dein Team ausgerottet. Bevor hier Verstärkung anrückt. Nein, ich hänge. Hoppa nähert sich. Ja, soll er mal hoppen. Ja, komm runter. Ja, komm runter. Du Arsch. Willst du schießen? Du willst Stress? Komm mal runter. Warte. Ich füll kurz Munition auf. Ja, komm doch her. Und auf Wiedersehen. Idiot. Ist der andere? Der auch noch gleich noch Respekt schille mit hier. Vogel. Und tschüss. Einfach auf die zwölf. Und tschüss. Idiot. Als ob der mich nicht mitbekommen hätte. Muss ich denn jetzt machen? Ich hab mal auf jeden Fall ein paar Pünktchen. Hier holen wir uns natürlich. Wo müssen wir hin? Ah, da vorne. Da vorne müssen wir hin. Jetzt wär wieder Rennen gut gewesen. Aber naja. Arschkrampe. Ah, das sind unsere Leute. Oh. Das war einer von uns. No. Ich hab ein paar Pünktchen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 und Strahlengewehr. Strahlenganone? Strahlen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der macht. Ich glaube, ich habe den nie benutzt. Ich glaube, einmal zum Gucken benutzen wir mal. Wie heißt das? Strahlengewehr, tatsächlich. Na komm, schießt ihr mal. Hup. Warum verliere ich andauernd Leben? Und tschüss. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, dieses Strahlengewehr ist gut für, wenn mehrere Feinde nebeneinander stehen, dann geht der Strahl halt so über, wie man das so kennt von Elektrowaffen. Ich mache jetzt aber erstmal einen Schnitt und melde mich dann beim nächsten Part zurück. Bis dahin. Servus.